an der Atempflanze steht. Ich weiß, der eine oder andere von euch möchte auch noch was sagen. Wir haben jetzt noch Zeit für einen oder zwei Redner. Wenn ihr wollt, schnell zu mir. Ansonsten geht es dann weiter zum Görlitzer Park. Wir wollen ja rechtzeitig bis 16.19 Uhr 59 Sekunden da sein. Hallo, Peace, Sisters and Brothers, Frieden mit euch. Ich komme aus Hannover. 40 Jahre aufgewachsen dort. Seit meinem 20. Lebensjahr benutze ich das als Medizin. Ich musste nach Holland abhauen, dort Asyl beantragen. Nach einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis als Türk in Deutschland. Als selbstverständlicher Mensch ist das ein digitales Scheiß.